ok gehen wir zum boss gegner dungeon boss i will come to for you oh yeah so das können wir nicht wegschieben das können wir nicht wegschieben das können wir nicht wegschieben das auch nicht wir finden schon ein weg wartet zwischen es gab zwei wege ich weiß ich kann man nicht nach unten schieben ich kann man nur rein oder ausschieben wie ich sehe ok ja das war klar ok wow ok nope das kann man wirklich nicht ok let's go to the boss aber ich glaube ich habe noch ein paar dinge vergessen im ersten stock ojojo ich hoffe dass es nicht wichtig ist gewesen ich glaube man kann noch später in die dungeons rein da kann ich die noch schnell holen vielleicht aber so wichtig wird das schon nicht sein wenn man jetzt wenn man sie denen nicht wenig begegnet ist aber ich finde es auf jeden fall holen ich habe vergessen man trägt okay so let's go to the dungeon balls ich kenne in der school das ist einfach diese riesen flumme fisch fischlins aber da wir uhr klein sind ist der wirkte jetzt riesig also der dungeon gegner ist nichts weiter als ein ganz gewöhnlicher gegner zählte universum der aber riesig wirkt aufgrund des aufgrund unserer größe so ojojoj lauf 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 nein warten wir bis er wieder springt und der jetzt springt schon okay perfekt okay noch einmal fischlins wow 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 boom okay drei mal oder okay da fehlt nicht mehr viel das war's fischlins yeah okay wir haben unseren ersten boss gegner wir haben den erd element genau das erdelement erhält die kraft der erde die quelle allen seins herzen pas nos herz container jetzt haben wir fünf herzen wir haben wir fünf herzen gut das erdelement haben wir erzählen mir nun den ältesten davon Okay, mach mal. Warte mal, es geht hier weiter. Oh, ihr habt das Erdelement gefunden. Du bist noch jung, aber deine Kraft und dein Mut sind beachtlich. Mach weiter so und such das nächste Element beim Gongolberg. In Gongolberg lebt ein Mann namens Melter. Unter dem Minish ist er. Ist nur er in der Lage das Schwert neu zu schmieden. Er wird das zerbrochene Schwert der Minish für euch reparieren. Ich werde ihn benachrichtigen. Passt auf euch auf. Vorhang auf. Geht dort entlang. Das ist eine Abkürzung durch den Wäldern. Der Älteste ist eine große Hilfe. Nun dann, bring uns doch gleich zu Gongolberg. Alles klar. Oh, da ist ja ein Bett. Und... Okay. Hey, seht ihr? Da ist was. Grille Kleidung und eine komische Mütze. Bist du vielleicht ein armer Mensch Link, der das Erdelement gefunden hat? Es ist also wahr. Ich habe schon von dir gehört. Ich bin Hoireta, der Item-Erfinder. Ich erforsche alle möglichen Werkzeuge. Du findest keinen Weg zur Stadt, weil alle Wege verschmerzt sind. Ich gebe dir etwas eines, das dir bestimmt weiterhelfen wird. Hoireka! Um 10 Bomben gratis dazu. Räumen wir damit alles mögliche aus dem Weg. Dankeschön, Hoireka! Warte mal, schauen wir uns um. Nope, können wir nicht. Okay. Träger der heiligen Macht des Windes, Flügel mögen nun auch dich tragen. Was? Was war das denn? Es ist explodiert. Hm. Kindchen, guck mal. Auf dem Boden ist dieses merkwürdige Mal. Das könnte... Was könnte es bedeuten? Hm? Ich habe leider selbst keine Ahnung. Sehr rätselhaft. Ähm, vielleicht brauche ich eine Ocarina dafür. Okay. Oh yeah! Ich finde es auch irgendwie cool für Schlintz, dass man zwei Items mitnehmen kann und immer exakt entscheiden muss, für welches man verwenden möchte. Das heißt, man muss ständig aktiv Sachen ändern im Menü. Ich schaue mich mal um, weil es gab da ja ein paar Türen. Oh cool, okay. Ich glaube, später können wir da hin, Fischlinz. Weil schwimmen können wir noch nicht. Bara, 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 Bapa, Baaa! Oi, oi, oi! Der ist ja auf einmal aufgetaucht! Fünf Bomben erhalten, alles klar! Bara, 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 Bara! So. Wow, okay, wir haben es geschafft. So, schneiden wir mal alles weg. So. Bam, bam, bam. Ja, ich wusste, dass das passiert. Sieh doch, dieses Fragment. Hast du so eins schon mal gesehen? Was? Du weißt nicht, was Fragmente sind? Dann finde es erst mal heraus. Okay. Das mit den Fragmenten wird noch kommen, glaube ich. Bam, 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 bam. Schau mal, was da drin ist. Oh yeah. Und die töten wir auch noch gleich dazu. Okay, es hat sich nichts getan. Bam, 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 bam. Um... Okay, das funktioniert. So. So. Schauen wir mal in der Karte, wo wir hin müssen. Okay. So. 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 So.